das ist auch ein ganz interessanter hadith der zeigt uns nämlich dass das maßstab für oder der maßstab für stärke nicht die körperlichen fähigkeiten eines menschen sind sondern die beherrschung sich selbst in jeglicher hinsicht zu beherrschen nicht nur im sinne des zornes der zorn ist nur eine zorn und aggressivität ich nenne es mal ist nur eine form der triebe des menschen mensch hat aber auch weitere triebe aber die ahle innen dass sie nennen aggressivität zorn eine form von charme aus sie ist nämlich eine form von charme von begierde oder aus ihr resultieren und entstehen begierden zum beispiel die begierde sich zu rächen die begierde den die begierde danach dem der den zorn ausgelöst hat ihm weh zu tun ihm zu verletzen oder sich auf irgendeine art und weise wenn es auch nur verbal ist an ihm zu rächen oder in ihn in verruf zu bringen irgendwie ihm schaden anzufügen durch lästern oder durch ohne verbreiten von unwahrheiten über ihn durch beschimpfen und diffamieren oder körperlich körperlichen schaden anfügen das sind begierden deswegen nennen sie das schaue und der prophet setzt hier mit maßstäbe neue maßstäbe es ist wie eine neue philosophie meine philosophie jetzt nicht das im negativen sinne eine neue maßstäbe für und neue werte für stärke eines menschen und zwar die selbstbeherrschung die selbstbeherrschung deswegen sagt er etwas ganz interessantes in einem hadith auch wenn er nicht ganz makellos ist wie al hafid al iraqi wie immer allah sagte der prophet sagte zu seinen gefährten als sie von einem feldzug zurückkamen er sagte raja'tum minal jihad al asrar ilal jihad al akbar wie gesagt der hadith ist nicht ganz makellos al hafid al iraqi sagte al daif aber der hadith bedeutet dass er zu ihm sagte nun seid ihr vom kleinen jihad zum großen jihad zurückgekehrt selbstbeherrschung selbstbeherrschung jeglicher hinsicht wenn man seine triebe kontrolliert möchte den man sich im lot und im zaum hält und deswegen sagte hier leistet schadido bis sura als jemand der andere körperlich überwältigt der sie umwirft